Heute geht es um Pseudo-Elemente in CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Pseudo-Elemente. Und ich habe das Ganze schon vor einigen Jahren mal vorgestellt. Und das Video haben sich viele von euch gewünscht, als ich das CSS-Basic-Video vor einiger Zeit gemacht habe. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. In diesem Video heute geht es noch einmal um absolute Basics. Das heißt, wir werden uns angucken, was ist ein NTH-Child, was ist Before, was ist After, First Child, First Type und so weiter. Diese ganzen Elemente werden wir uns heute ansehen und noch etwas ein bisschen damit ausprobieren im Prinzip. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt oder Vorschläge oder irgendetwas sagen möchtet, unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Klickt einfach drauf, kommt vorbei, joint der Community und stellt eure Fragen, beantwortet Fragen und habt einfach Spaß zusammen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Auf geht's! Viel Spaß! So und los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes möchte ich sagen, es gibt keine Live-Version zu diesem heutigen Video, sondern es gibt lediglich einen Link, der zu weiterführenden Informationen führt. Was heißt, wenn ihr unten in der Videobeschreibung guckt, findet ihr einen Link, der zu W3-Schools führt. Dort werden nochmal alle Pseudo-Elemente und Pseudo-Klassen aufgelistet, auch diese, die wir heute eventuell nicht ansprechen. Das hat den einfachen Grund, es sind schlicht und ergreifend deutlich zu viele, um jedes einzelne Pseudo-Element anzusprechen, zu erklären und ein Beispiel daraus vorzuführen. Ich werde versuchen, einige oder die wichtigsten oder die praktischsten, besser gesagt, zu erklären, zu erläutern. Allerdings gibt es teilweise auch einfach Negativbeispiele, was heißt, es gibt zum Beispiel die Pseudo-Klasse active oder not active oder empty und not empty und so weiter. Was heißt, wir haben verschiedene Elemente und diese besitzen verschiedene Rollen, funktionieren aber alle exakt gleich. Grundsätzlich muss man sagen, diese ganzen Pseudo-Elemente oder Pseudo-Klassen werden in diese beiden Kategorien unterteilt. Was heißt, es gibt einmal Pseudo-Klassen und es gibt Pseudo-Elemente. Ein Pseudo-Element unterscheidet sich in der Sichtbarkeit im Prinzip nur dadurch, dass es sich dabei um ein komplett neues Element handelt. Das heißt, ein Element, was so im HTML-Konstrukt nicht existiert. Alles andere, was wir mit Pseudo-Klassen anstellen können, existiert als HTML-Konstrukt und wir verändern es lediglich nur und nutzen es als weiterführenden Selector. Allerdings bei Elementen können wir komplett das neue Element erschaffen, was so wie gesagt nicht existiert. Ein gutes Beispiel hierfür ist beispielsweise das Before- oder das After-Tag. In der Schreibweise unterscheidet sich das allerdings auch. Was heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine CSS-Klasse, in diesem Fall sage ich jetzt einfach mal Punkt Class, was einfach eine CSS-Klasse definiert und sage hier Doppelpunkt, also zweimal Doppelpunkt und dann werden mir in Atom auch schon fünf vorgeführt. Nämlich einmal After, Before, First Letter, First Line und Selection. Was heißt, das sind die fünf Elemente. Wenn ich nur einen Doppelpunkt mache, sehe ich hier unten, kriege ich noch viel mehr. Und das sind die, ja, mit einem Doppelpunkt, das sind die Pseudo-Klassen. Was heißt, daher kommt diese Regel oder dieser Hinweis, dass man es dadurch unterscheidet. Aber wie kann ich jetzt ein Pseudo-Element benutzen? In unserem Fall sagen wir jetzt, ich möchte von diesem P-Tag, den ich einfach in dieser Index-HTML stehen habe, das ist ein einfacher P-Tag mit Text drin, dass ich das im Prinzip verändere und das erste L hier oben ja einfach größer mache. In unserem Fall sage ich daher, ich möchte als erstes den P-Tag ansprechen und sage hier einfach Font-Size und setze das Ganze auf 20 Pixel. Das hier kopiere ich mir jetzt einmal und mache hier natürlich einen Absatz rein und sage, ich möchte jetzt von diesem P-Tag in unserem Fall den First Letter ansprechen und der soll nicht 20 Pixel, sondern 40 Pixel groß sein. Ich aktualisiere das Ganze und ihr seht, dass hier oben ist größer geworden. Wenn man diesem Element jetzt auch noch ein Float Left mitgibt, das mache ich jetzt mal in diesem Fall und aktualisiere, dann haben wir diesen klassischen Fall, dass praktisch hier oben der Buchstabe größer ist und der Rest hier drüben. Man könnte das Ganze jetzt noch erweitern und sagen, man sagt Padding 0 nach oben, man sagt 5 Pixel nach links, 0 nach unten und 0 nach rechts. Das Ganze wird abgespeichert, aktualisiert und wir haben jetzt hier oben diesen klassischen Effekt aus irgendwelchen Büchern, dass halt die erste Buchstabe größer ist. Was heißt, wir haben ein komplett neues Element erschaffen. Dieses Element, was genauso fungiert wie eine Box. Was heißt, ich habe hier im Prinzip eine kleine Inline-Diff-Box in unserem P-Tag erschaffen, das ich jetzt beliebig stylen kann. Das gleiche gilt auch, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte von unserem P-Tag ein After, also in diesem Fall ein After-Element erschaffen und sage jetzt hier, hinter meinem P-Tag soll zum Beispiel irgendetwas stehen. In unserem Fall sage ich jetzt einfach mal Content, zweimal Anführungszeichen auf und sage Hallo. So, das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere die Live-Demo und ihr seht, hier hinten dran steht Hallo. Ich kann jetzt hier auch noch ein Leerzeichen reinmachen, das Ganze aktualisieren und es steht ebenfalls hier drin. Was heißt, man kann wunderbar Elemente hinzufügen. Allerdings muss man sagen, dass zum Beispiel dieses After-Tag sehr mächtig ist. Was heißt, wenn ihr das Ganze einfach leer lässt und sagt, ihr habt hier einfach ein Block statt eines Inline-Elementes, könnt ihr auch sagen, wir haben jetzt Border Color, sagen Red, sagen Weite 100 Pixel und sagen Höhe 10 Pixel. Speichern das Ganze ab, aktualisieren und wir haben eine komplett neue Box. Ich kann das Ganze jetzt zum Beispiel auch Black machen. Und wir haben hier eine Box, die ich jetzt beispielsweise mit Margin 10 Pixel nach oben auch noch ein bisschen formatieren kann und habe jetzt hier eine Box, die so in unserem Code nicht existiert. Wir haben hier keine Box. Und trotzdem ist sie da und wir können sie genauso wie eine Div-Box stylen. Das heißt, Pseudo-Elemente haben die Möglichkeit, euch neue Elemente zu erschaffen, wenn ihr sie gerade braucht. Ein sehr praktischer Anwendungsfall für zum Beispiel das Before- oder After-Tag sind Listen. Was heißt, wenn ich mir hier jetzt einfach mal eine Liste generieren lasse, einfach eine unordered List mit einem Listenpunkt und wir machen jetzt hier mal mehrere Listenpunkte und ich erstelle mir hier mal eben Listenpunkt ein paar Elemente und habe jetzt hier im Prinzip eine Liste mit vier Listenpunkten und sage jetzt hier in unserer Liste, unser Listenpunkt wollen wir mit After etwas hinzufügen. Und zwar sagen wir in unserem Fall einfach Content, so im Prinzip, wenn ich das jetzt abspeichere und aktualisiere, wird ein Komma hinter jedem unserer Listenpunkte hinzugefügt. Und das ist etwas, was man immer wieder braucht und zwar, wenn wir zum Beispiel einfach unsere Liste formatieren mit List-Style-None und das Ganze mit Float-Left rutschen lassen, dann haben wir jetzt hier eine Liste, wo jedes Mal ein Komma hinter jedem Listenpunkt ist. Was heißt, wir können auf diese Weise etwas hinzufügen, was einfach durch CSS steuerbar ist. Was heißt, wir können ganz einfach sagen, wir haben jetzt hier wunderbar ein Komma hinzugefügt. Wir müssen jetzt hier natürlich noch sagen, dass unsere Listenpunkte Margin-Left bekommen, um dem sind Margin, 0 nach oben, 5 Pixel nach links. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Zack. Und wir haben jetzt hier noch einen kleinen Abstand dazwischen. Aber ihr seht, dass zum Beispiel hier hinten das letzte Element auch ein Komma hat, obwohl der gar nicht zu sehen ist. Und das kommt, oder hier kommen am besten die Pseudo-Klassen zum Einsatz. In unserem Fall sagen wir jetzt, wir wollen das letzte Element ansprechen. Daher kann ich sagen, ich möchte jetzt diese Liste kopieren und möchte jetzt in dieser Liste das letzte Element ansprechen. In unserem Fall müsste das bedeuten, wir machen einen einfachen Doppelpunkt und sagen jetzt einfach Last Child. Das bedeutet, wir sprechen das letzte Kind-Element unserer Liste an im Prinzip. Und in diesem letzten Kind-Element sprechen wir das After-Tag an. Und hier können wir dann einfach sagen, Content ist leer. Das Ganze speichern wir ab, aktualisieren und hier ist das Komma verspunden, weil wir im Prinzip hiermit unser Pseudo-Element, was wir geschaffen haben, für das letzte Element ausschließen. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wir können natürlich sagen, nicht nur Last Child, sondern auch First Child. Das Ganze aktualisiere ich jetzt und wir haben hier den ersten, also das erste Komma verschwinden lassen. Das, was wir hier machen, also die verschiedenen Punkte dieser Liste anzusprechen, funktioniert auch noch viel umfangreicher. Das heißt, wir haben vielleicht keine Liste, sondern wir haben einen Div-Container. In diesem Div-Container befindet sich ein Div-Container mit der Klasse Hallo. Das speichern wir jetzt einfach mal ab, kopieren uns die Klasse Hallo und sagen jetzt hier drin Hallo. Und hier steht, wie geht es dir? Das heißt, wir haben jetzt hier oben eine Div-Box und in dieser Div-Box befindet sich noch eine Div-Box mit Hallo. Wenn ich das Ganze jetzt hier einfach rauslösche und unsere Klasse Hallo anspreche, kann ich direkt diese Klasse ansprechen. Aber vielleicht möchte ich das gar nicht. Vielleicht habe ich darauf keinen Zugriff und möchte über dieses obere Element unsere Klasse ansprechen. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich sage Div-Box und sage diese Div-Box beispielsweise Background-Color-Red. Das Ganze speichern wir mal ab, aktualisieren und wir haben jetzt hier eine rote Div-Box. Aber wir wollen jetzt eventuell sagen, dass dieses Hallo ansteuert, auch wenn hier mehrere Container drin sind. Was heißt, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier drin viermal die Klasse Hallo. Ich speichere das Ganze mal ab und wir wollen jetzt nur das erste hiervon in einer anderen Farbe darstellen. Aus welchem Grund auch immer. Dann kann ich einfach sagen, Div, also ich spreche das Div-Container an, sage dann hier drin die Klasse Hallo. Und in Hallo möchte ich eine Pseudo-Klasse benutzen. Und hier sage ich einfach in unserem Sinne jetzt einfach mal First of Type und sage, das Ganze soll green werden. Was heißt, ich aktualisiere und das erste wird grün. Das Ganze funktioniert natürlich auch wieder andersrum mit Last of Type. Dann wird das letzte grün. Aber CSS-Klassen sind vor allem in einem anderen Bereich sehr, sehr wichtig. Und zwar können wir, wenn wir zum Beispiel ein Input-Feld haben, in unserem Fall sage ich jetzt einfach mal Type, keine Ahnung. Und dann, was haben wir hier, E-Mail. E-Mail, so. Wir haben jetzt ein Input-Feld mit einer E-Mail-Adresse. Und wenn ich hier reinklicke, seht ihr schon den ersten Zustand. Wenn ich hier draufklicke mit der Maus, wird das blau hinterlegt. Bei anderen Browsern nimmt das eventuell eine andere Farbe an. Aber grundsätzlich wird es immer gehighlighted. Und diesen Effekt kann man ganz einfach umgehen. Was heißt, oft passt ja zum Beispiel dieser blaue Ton nicht mit dem eigentlichen Design. Dann spricht man einfach die Input-Box an und sagt bei dieser Input-Box die Klasse Focus. In unserem Fall sagen wir dann hier Outline None. Speichern das Ganze ab, aktualisieren. Ich klicke hier rein und dieser blaue Schimmer oder Schein darum ist verschwunden. Was heißt, wir können mit CSS-Klassen, also mit Pseudo-Klassen, bestimmte Elemente ansprechen. Beispielsweise können wir auch sagen, dass dieses Element, ob es gerade enabled oder disabled ist. Was heißt, wir können das abfragen, ob jetzt hier in diesem Typ, also in diesem Element, disabled drin steht. In diesem Fall, ich kopiere mir das jetzt ganz mal. Wir haben jetzt im Prinzip zwei identische Felder. Einmal steht disabled drin, einmal nicht. Und ich kann jetzt hier sagen, in dem Moment, wo disabled drin steht, soll praktisch die Hintergrundfarbe red vergeben werden. Das Ganze speichere ich ab, aktualisiere und wir haben einmal red, einmal nicht red. Das heißt, wir können verschiedene Zustände von Formularfeldern ziemlich einfach mit Pseudo-Klassen abfragen. Das Ganze ist daher sehr, sehr praktisch, vor allem bei der Formularentwicklung. Aber das wirklich, in Klammern, mächtigste Tool, was es gibt oder was die Klassen hergeben, ist das sogenannte NTH-Child. Dieses Element, oder diese Klasse besser gesagt, bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir sagen hierzu einmal, wir haben, oh, das mache ich mal weg. Wir sagen hier, wir haben eine Div-Box mit der Klasse Hallo. Das Ganze kopiere ich mir jetzt einfach mal und füge es diverse Male ein. Hier müssen wir, wobei ich mache das nochmal weg, und sage hier Hallo, damit wir auch was zu sehen haben, und füge das jetzt ein. So, wir haben jetzt hier diverse Male Hallo stehen und können das Ganze mit NTH-Child beeinflussen. In diesem Fall sage ich jetzt hier einfach Punkt Hallo, also wir sprechen unsere Klasse an, und ich sage hier Punkt NTH-Child. Und diese beiden Elemente, die da stehen, dazu werde ich gleich kommen, aber grundsätzlich erstmal wollen wir jedes zweite ansprechen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach Odd. Hier sage ich jetzt Background Red, speichere das Ganze ab, aktualisiere, und das erste ist angesprochen, das zweite ist angesprochen. Das nächste und so weiter. Das heißt, wir sprechen alle ungeraden, nee, alle, doch alle ungeraden Zahlen an, was heißt 1, 2, 5 und so weiter. Oder wir sagen Even, speichere das Ganze ab, aktualisiere, und wir sprechen genau die anderen an. Damit kann man schon mal eine Menge machen, vor allem, wenn man Tabellen oder sowas bearbeitet. Das nächste ist, wir können hier das, was uns auch vorgeschlagen wurde, was heißt, wenn wir das nochmal eingeben, NTH-Child, haben wir hier eine Variable, nämlich AN plus B. Und im Prinzip ist AN, das startet bei 0 und ist die Variable oder das Element, mit dem ihr beginnt, und plus B ist der Offset. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen 1 plus 1. Das heißt, wir speichern das Ganze mal ab, aktualisieren, und es wird nichts ausgewählt. Plus 2 wird immer noch nichts ausgewählt. Was heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas funktioniert noch nicht, und das bedeutet nämlich hier, wir müssen da noch ein N reinmachen. Wir aktualisieren, und es wird jetzt im Prinzip das erste ausgewählt, und dann alle anderen. Was heißt, wenn ich hier beispielsweise 5 reinmache, aktualisiere, dann werden die ersten 4 nicht genommen, weil wir im Prinzip das erste Element ansprechen, und dann jedes fünfte. Wir können jetzt aber auch beispielsweise sagen, wir wollen hier das zweite Element ansprechen, und sprechen jetzt im Prinzip das zweite, also jedes zweite Element an. Allerdings erst, nachdem wir das fünfte Element haben. Was heißt, wir können das hier auch rausnehmen, abspeichern, aktualisieren, und sprechen jetzt jedes zweite Element an. Oder wir sagen, hier zum Beispiel, wir wollen exakt jedes vierte Element ansprechen, dann zählt er durch. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber zum Beispiel hier oben, wie gesagt, nicht nur beim vierten, sondern erst beim sechsten anfangen, können wir das Ganze einstellen, indem wir sagen, 4 plus 2. Auf diese Weise können wir im Prinzip ziemlich einfach unsere, ja, in Listen, in Tabellen und sowas bestimmte rauskennzeichnen, aber auch, wenn man zum Beispiel eine Art Grid-System baut, war es vor allem früher, bevor wir CSS Grid hatten, sehr interessant, dass wir zum Beispiel jedem dritten Element sagen konnten, hey, du hast kein Margin nach links, oder so etwas. Und das ist auch heute immer noch teilweise sehr wichtig. Aber auch noch einige andere Elemente können wir im Prinzip sehr einfach mit Pseudoklassen stylen. Und zwar können wir zum Beispiel sagen, in dem Moment, wo unser Element nur ein Kind-Element hat, beziehungsweise nur ein gezieltes Element hat, und das nennt sich OnlyType. Was heißt, wir können jetzt einfach sagen, ein P-Tag, in unserem Fall, hat einfach OnlyType, bekommt jetzt die Farbe Background Red. Wir speichern das Ganze ab. Ich mache hier mal kurz ein P-Tag und sage hier Lorem Ipsum, speichere das Ganze ab, aktualisiere und es ist komplett rot. Wenn wir jetzt einen Div-Container machen, beziehungsweise uns einfach diesen P-Tag kopieren, aktualisieren und praktisch das Ganze einmal neu laden, dann sehen wir, dass die rote Farbe weg ist. Und das hat den Grund, dass unser P-Tag aktuell nicht mehr der einzige P-Tag ist in seinem Eltern-Element. Das Eltern-Element ist aktuell der Body. Wenn ich jetzt hier also einen Div-Container umzumache und das Ganze mich hier rauskopiere und hier unten schließe und das Ganze aktualisiere, dann werden wieder beide rot, weil wir einmal hier das einzige P-Tag in einem Div-Container haben und hier das einzige P-Tag in einem Body-Tag. Wenn ich jetzt beispielsweise hier drin unser P-Tag einmal dupliziere, also in unserem Div-Container das zweite P-Tag hinzufüge und das Ganze aktualisiere, dann wird das nicht mehr rot gehighlighted, weil es nicht mehr das einzige Element ist in diesem Div-Container, in seinem Klammern-Eltern-Element. Und auf diese Weise können wir verschiedene Elemente stylen. Natürlich muss man jetzt nicht nur das TheOnlyChai, also TheOnlyType nehmen, sondern zum Beispiel auch das NTH-Aufteil, was heißt, ist es das dritte Element in seinem Eltern-Element, ist es das zehnte Element in seinem Eltern-Element, dann mach etwas damit. Diese ganzen Punkte kann man im Prinzip wunderbar mit CSS-Klassen anpassen und mit CSS-Elementen könnt ihr euch neue Elemente erschaffen für zum Beispiel witzige Hover-Effekte oder für alle möglichen Gegebenheiten, die kein HTML-Element bedürfen, aber die dennoch vorhanden sein sollten. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Link zu Twitter, Discord, Instagram, Facebook und so weiter und so weiter. Einfach mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch Links zu Amazon Affiliate, wo ihr etwas kaufen könnt, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Ciao!